Feges AKB Mix Club e.V. Conor Schulze von der RG Hamburg mit der Nummer 2 Mark Hirschke RC Zugvogel Bielefeld mit der Nummer 1 Dennis Diehütte Hüttenhoff mit der Nummer 202 vom MTB Team Herford Dark Schneefug die Nummer 42 Streeck Janik Geiselmann vom RC Zugvogel Bielefeld und last but not least vom Feges AKB Mix Club e.V. mit der Nummer 110 Philipp Müller Riders ready, watch the game Wer macht hier die Pace? Dennis Diehütte Hüttenhoff Dennis Diehütte Hüttenhoff Dennis ist vorne, wird aber additiert von der Nummer 9 die wird jetzt durchgereicht, ganz enges Feld aber Dennis die Hüttenhoff fährt vorne weg Kann er die Pace halten Dennis Sie, oh, ausgeklickt, ausgeklickt Jetzt wird es nochmal eng mit Dachschneefunkt, aber hey, Philipp Mühlner, Philipp Mühlner, Philipp Mühlner, Philipp Mühlner auf der 1 vor Dachschneefunkt.